Sollen wir die Downhill machen? Oh, okay. Ja, hab ich auch nicht mitbekommen. Der Baumstamm. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alter. So, hier. Kleine Steinfeld. Es gab mal einen Schickenlein. Ja, einfach von da links rüber fahren. Geradeaus, ne? Einfach geradeaus. Das ist bei weitem nicht so spitz. Ja, genau. Steve fährt einfach rüber. Rüberfahren. Ich wäre hier drüber. Geradeaus. Das sieht echt einfach aus, ne? Ich hab die Spinne noch nicht gelernt beim Thomas. Ja. 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 Schon drüber. Ja. 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 Wir hätten noch ein bisschen Arschkrabbeln. Noch nämlich nen Drop quasi. So ungefähr vier Meter. Okay, ich lass ihn mal hier vor. Pass auf. Ja. Aber man droppt nicht mit Rollen. ja der steve sind einfach gefahren also den das gäbe können wir uns noch mal angucken gleich nach der linkskurve links ok letztes stückchen oh gott und 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 und